Fußball oder Golf? Oh, ich liebe beide. Das EM-Tor oder das WM-Tor? Das ist ja genau das. Beides. Okay, jetzt aber. Messi oder Ronaldo? Auch beides. Die sind auf eigene Art und Weise sensationell. Warum muss ich mich entscheiden? Du kannst sagen, es tut mir weh im Herzen, beides. Man hat mehrere Kinder und man liebt alle. Schnitzel oder Cevape? Beides, eigentlich. Ich liebe beides. Auch Schnitzel mag ich gerne und zwischendurch Cevape auch. Aus Rewin oder Sturm Graz? Ja, trifft genau in die Mitte und ich liebe beides. Kitzbühel oder Krick? Oh, da bin ich. Obwohl ich das Kitzbühel schee, aber ich bin lieber an den Krick. Selber Spieler oder Trainer? Spieler, eindeutig. Fleisch oder Veggie-Burger? Fleisch. Zuhause Deutsch oder Kroatisch? Kroatisch, aber Kinder sprechen Deutsch. Letzte Frage. Wattreni oder ÖFB? Ich würde das kaufen.